Und jetzt sind wir auch wieder bei Let's Play Banjo-Tooie. Ja, das letzte Mal haben wir hier an dieser Wette aufgehört und ich hab nur mal gespeichert. Gut. Wir werden uns jetzt aber mal ein bisschen darum kümmern, dass es ein bisschen hier besser klappt. Äh, ich tue raus. So, damit ist der hier erstmal ausgeknipselt. Und dann wollen wir uns mal hier dran auch betätigen und... Was? Geht nicht. Schade. Wirklich schade, schade. Schade, schade. Oh oh. Der bewegt sich ja schon wieder. Ja, das ist auch schon wieder ein bisschen her. Also, ja, ja, ja. Ähm, ich hab auch den Zimper erhalten, ich soll doch nicht alles krampfhaft vorlesen. Sondern einfach nur, ja. Nicht mit brachialer Gewalt zumindest reden. Oh. Schade. Schade. So. Dann wollen wir mal ein bisschen warten. Ich weiß gar nicht. Oh, was. Das muss ich sowieso hier machen. Ei, ei, ei Gibt's hier Flaschen wohl? Ah, ähm Also wirklich schon, dass man hier die einzelnen Fähigkeiten schon ausnutzen muss Was sind da oben? Haben sie? Äh Das ist natürlich jetzt Feinde Nintendo 64 Sache Unalog Stick ist einfach mal ein bisschen zu sensibel und wieder zurückschwenkend Was hast du? Es ist furchtbar! Ich kann ein unbezahlbares Relikt nicht finden Es wurde bestimmt gestorben So ein Pech! Was? Was kümmert es uns? Hilf Chef Blockzahn Und ich checke euch ein Post Ein Post nur, wenn das so ist Rotatisch! Ich öffne euch den anderen Eingang, aber beeilt euch bitte! Jaaaa Ah Ich wollte schon gerade sagen, das ist irgendwie Ah, wie kann man... Nein Das wollte ich jetzt recht nicht Ah, das Eine extra Honigfarbe Ich glaube mit 6 extra Honigfarben kann man seine Energie erhöhen Ich glaube da muss ich wieder raus Ich glaube da muss ich wieder raus Nee, da kommt ich nicht hoch So, schade So, schade So, schade So, schade So, schade So, schade Die Menche auf den Nerven Am besten nicht Und draußen ist wieder Rumkakule Ach, Herrlich Nee, nee, nee B-b-b-b... Vorhalle Tink-tunk-tink-salle... ... erhellte da einen niemand der Held zutritt, ohne die alte Kunst der Vogelhaltung erlernen zu haben. Herrje, was soll das denn heißen? Vielleicht weiß es dieser superschlaue Jumnyas. Äh, das Jumnyas nicht... ... mir quatsche, ist das nicht? Hahahaha... Das war ja Jumnyanimo, den ich dachte... Mit dem Jumnyas geht's... Mit dem Jumnyas... Mit dem Jumnyas... Und da bin ich Wunderfan... Nicht schlecht! Nicht Nutz! Nutz und Schüssel sind ganze 20 Nutz wert! Oh, herrlich! Oh! So... Du hast ein anderes Warpfeld gefunden! Stelle dich auf das Warpfeld und drücke B! Dann reist du zu einem anderen aktiven Warpfeld in dieser Welt! Aha! Das heißt, damit kann ich mich zum Anfang teleportieren! Noten... Ich weiß gar nicht... Im ersten Tag gab's... Pro Level gab's immer 100! Mumbus Schäle! Du hast ein Globo gefangen! Man sagt, sie haben magische Kräfte! Und da ist auch Mumbu! Und da ist auch Mumbu! Hier, großer Knochenhüppling! Oh! Wer und Endvogel endlich hier! Mumbo, bester Schamane ins Spiel! Also... Hat neuen Schädel gebaut! Mumbo auch wollen helfen! Aber du erst! Müssen finden Zauberwesen! Wir haben ein Globo! Müssen Zauberwesen und geben Mumbo, wenn wir Hilfe wollen! Wollen Mumbo's Hilfe? Natürlich brauchen wir Mumbo's Hilfe! Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können! Erst werfen in Mumbo's Tasche! Ah! Mumbo endlich werden! Ein Held! Brücken! B! Vermächtigung! Jamanens Stock! Bis auf meinem Stuhl zurückbringen! Wenn wieder Bär und Vogel sein wollen! Quasi, wir können jetzt... Na schade, wir können... Wir können nicht schocken! Aber wir sind jetzt... Mumbo! Mumbo! Das war nämlich im ersten Teil noch nicht möglich! Jetzt ist natürlich die große Frage... Ne, kann er nicht! Oh! Oh, Mumbo hat auch voll wenig! Den... Den... Sehe ich gerade! Der hat ja richtig schwinnig HP... Der klingt ein bisschen wie Donkey... Der klingt ein bisschen wie Donkey... Die mächtige Gottsch-Statur schläft, bis ihre Dienste wieder in Anspruch genommen werden! Ich bin wirklich ein bisschen äh! Ich bin gar kein Zufall auf dem... Ich bin gar nicht zugegeben... 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 Da muss ich mich noch irgendwie angefreunden. Damit das hier so im Wasser klappt. Tut mir leid, aber du kommst hier auf gar keinen Fall! Heure! Ich schacke das! Tschüss! Hier wird oben ein Ding-Yoon. Das freut uns. Katze! Mumbo ist leider nicht versprechend steinig. Hm. Aber wohin? Ah! Dr. B für mächtigen Mumbo-Zauber. Hoffen, dass es funktioniert. Zu responsibility für eine freie Armee hier ist ein Typhän Stick und um ein Mumbo-Magie lassen können Goliath aufstehen. Magie dauert nur kurze Zeit. Wenn wieder ich sein wollen, Statue zu seinem Platz bringen und B drücken. Okay... Kann ich den nicht wegtreten? Nee, schade. Oder vielleicht die großen Statuen, die sowas kaputt haben? HAH! BATS! Und? Ah! 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 Ich verstehe! Dann wollen wir gleich mal den Zauber wieder erneuern. Ah, schade ist das, dass das hier nicht irgendwie automatisch kickbar ist oder so. Und kicken wir einfach mal so ein bisschen... BAM! Ist es weg! Und diese BAM! Ist es weg! Und mein Weg, die Tür zu öffnen. Ja... Ja... Das wäre schon cool mit so einer blöden Statue um zu rennen. Das Ding ist wieder da. Schade. Ja... ... Schon... BAMS! Oh Gott, ne... Klatsch! Mumbo Monkey ist jetzt zu Ende! Und der Part ist auch zu Ende! Also bis zum nächsten Let's Play Part! Bloodwurstfp, mehr Let's Shop!